Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video meiner ersten Reaction hier auf dem Kanal. Nachdem ich eine Weile Pause hier gemacht habe und jetzt wieder auf Twitch aktiv bin und so weiter, kommen jetzt auch hier wieder Videos. Werden nicht nur Reactions kommen, aber ich dachte mir, der Track sollte es auf jeden Fall wert sein, mal hier auf YouTube zu erscheinen als Reaction, dass ich mir das mal mit euch gemeinsam angucke. Denn in eineinhalb Minuten ungefähr haut Kolle einen Track raus und der ist heiß erwartet wie der Klimawandel, liebe Leute. Schlechte Vergleiche sind auf jeden Fall schon mal von mir da. Ja, bei Kolle lief es ja in letzter Zeit nicht so gut, sage ich jetzt einfach mal. Und er hat ja dann auf Instagram und wie wir hier auch sehen auf YouTube alles rausgenommen, auf Nicht-Gelist gestellt. Ich dachte eigentlich, jetzt ist es mal ein paar Monate Pause. Aber, dem ist wohl nicht so. Na komm, da ist schon eine Abo-Box drin. Er haut doch deutlich schneller einen Track raus als gedacht. Ich gehe doch mal wieder auf den Alpha Channel. Vielleicht müsste es eigentlich rauskommen. Da stand 23.59 Uhr, ist dann wahrscheinlich um 0 Uhr freigeschaltet einfach. Ich bin mal gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein bisschen wie bei Bushido mit Ronin auf einmal San Diego drin auftaucht. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt. Ich war lange, lange, lange nicht gehypt auf dem Call-the-Track, muss ich ehrlich zugeben. Das ist schon ein bisschen her, aber sollte er eigentlich draußen sein. Ich gehe nochmal in die Abos. Nicht da. Von Turbo kommt auch ein Track raus. Den gucken wir gleich an. Aber von Colle kommt nix. Hier nichts. Ein Video. Warum sehe ich das denn nicht? Asch und Kollege Bullitz. Okay. Ich bin mal gespannt. Habe ich jetzt nicht erwartet. Mal schauen. Okay, russische Untertitel. Habe ich jetzt nicht viel von verstanden. Muss ich ehrlich zugeben. Asche-Feed-Kollega Bullitz. Bin mal gespannt. Ich hatte eigentlich auf einen Solo-Track von Colle gehofft, muss ich ehrlich zugeben. Ich lasse Freunde durchlöschern von Colle-Zeit-Verbrechern. Von der Straße mit Einbein im Klass. Und wir Zeitreisen besser. Dann helfen sie später. Ich sitz mal im Weiß-Wann mit Scheiß in Odessa. Allweiß im Becher. Ich muss ein bisschen leiser machen und dann muss ich noch mal reinhören. Ich hab nix verstanden. Ich lasse Freunde durchlöschern von Colle-Zeit-Verbrechern. Von der Straße mit Einbein im Knast. Und wir Zeitreisen besser. Dann helfen sie später. Ich sitz mal im Weiß-Wann mit Scheiß in Odessa. Allweiß im Becher. Ich komm vom Grappling. Hol ein UFO vom Himmel bei Gatling. Bin ein Neffe vom Kriegs-Veteran. Dein Gesicht wird dann ab und der Bier wird vegan. Jagd dich zum Mond wie Andreas Burani. Okay. War jetzt scheinbar die Hook. Denk ich mal. Ja. War jetzt ganz okay. Aber wie gesagt. Ich hab jetzt eigentlich mit einem Überbrett von Colle gerechnet. Was 6-7 Minuten geht. Und Punchlines ohne Ende beinahm. Ich hoffe jetzt kommt wenigstens stabiler Part von Colle. Seien wir mal gespannt. Collega der Boss. Alles gewonnen. Niemals verloren. Hunderte Kriege. Ein Haufen Intrigen. Ich bute neu. Mein Label geformt. Sitz auf dem Thron. Ihr seid nur Hofmann. Bin ne Geldfabrik wie ne Koksfarm. Zur Begrüßung ein Tritt ins Gesicht. Ab jetzt wird wieder Mutter gefickt. Schüsse fliegen aus der Kalaschnikow. Schmauch in der Luft wie der Rauch einer Davidov. Indiskutables Verhalten wird abgemahnt. Und du betest. Betest zum Heidengott. Das heimt Versace. Seidenstoff. Gesetze der Straße besagen. Wer Kohligas Kopf will, der wird sich um Gottes Willen seinem Schicksal stellen. Denn ich bleibe Boss. Und unter jene sie jauen. Zwecks mangelnder Mundwasser pflege, die Zähne am Faulen. Die Richtung heißt vollautomatische Schusswaffe, Blutrache, Pläne. Sie schweben im Raum. Das physische Wesen der Satan hat ihnen die Seelen geraubt. Moment nochmal, nochmal. Das habe ich jetzt gar nicht richtig gehört. Gesetze der Straße besagen. Wer Kohligas Kopf will, der wird sich um Gottes Willen seinem Schicksal stellen. Denn ich bleibe Boss. Und unter jene sie jauen. Zwecks mangelnder Mundwasser pflege, die Zähne am Faulen. Die Richtung heißt vollautomatisch. Wenn das eine Andeutung ist, verstehe ich sie gerade ehrlich gesagt nicht. Hoffentlich bleibe ich da nicht gerade voll auf dem Schlauch. Und unter jene sie jauen. Zwecks mangelnder Mundwasser pflege, die Zähne am Faulen. Die Richtung heißt vollautomatische Schusswaffe, Blutrache, Pläne. Sie schweben im Raum. Das physische Wesen der Satan hat ihnen die Seelen geraubt. Killing geraubt. Alpha bedeutet das elementare Puzzle zu sein für das Leben des Traums. Der Kreis wird geschlossen, auf Feinde geschossen. Wir pushen nur uns, keine Zeit mehr für Gossip. Für Alpha Empire, göttliche Fügung. Bruder für Bruder, männliche Züge. Im Cripwalk, durch Shitstorms. Siehst du meine Nummer, dann schwitzt du. Wen fickst du, du Hurensohn. Sogar deine Geburt war ein Bitchmove. Mulitz, ich fliege aus dem Lens. Deine Geburt? Ja, wer meint er denn damit? Ähm. Entweder ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Oder. Ich stehe auf dem Schlauch. Keine Ahnung. Ich verstehe die Lens ehrlich gesagt nicht. Oder an wen sie gerichtet sind genau. Habe ich jetzt nicht raussehen können, ob da irgendwas in Richtung Jigsaw oder sonst irgendwas dabei war. Oder irgendwen anders. Fire, göttliche Fügung. Bruder für Bruder, männliche Züge. Im Cripwalk, durch Shitstorms. Siehst du meine Nummer, dann schwitzt du. Wen fickst du, du Hurensohn. Sogar deine Geburt war ein Bitchmove. Mulitz, die fliegen aus dem Bands. Bands. Unsere fliehen aus dem Bands. Bands. Wir Paradies, nicht erheben. Wir wollten nie in die Trends. Mulitz, die fliegen aus dem Bands. Bands. Unsere fliehen aus dem Bands. Bands. Wir Paradies, nicht erheben. Schau. Wir wollten nie in die Trends. Trends. Ja. Sag ich ja. Das habe ich mir gedacht, dass San Diego am Ende kommt, aber. Ja. Ich bin ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mit einem Überbrett jetzt gerechnet. Richtiges Punchline-Massaker, Solo-Track von Kolle. Alles wird aufgeräumt nach dem ganzen Shitstorm und so weiter. Nach dem Unternehmen der ganzen Videos. Dafür fand ich jetzt keine Line richtig krass. Check ist halt in Ordnung. Wenn das jetzt irgendwer hochladen würde, würde man sagen, ja, ganz stabil. Alles gut. Aber von Kolle erwartet man halt einfach, ne, top-notch, ganz oben. Und ja. Keine Ahnung, ob der jetzt, heißt der jetzt überhaupt Asche, Ash, keine Ahnung. Ich weiß den Namen, ehrlich gesagt, gar nicht. War auch Ordnung, aber. Ja. Wie gesagt, San Diego habe ich ein bisschen erwartet. Boss Aura 2 und so. Ich denke, das wird schon kommen. Da hoffe ich mir dann mehr von. Bin jetzt mal gespannt, wie die anderen Reaktionen so aussehen. Beziehungsweise wie die Kommentare und die Bewertungen nachher so aussehen werden. Ja, von meiner Seite, wie gesagt, ich habe jetzt leider mit dem Überbrett gerechnet und bin dementsprechend ein bisschen enttäuscht einfach. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ich muss ja nicht immer alles nur cool reden oder sagen, das ist das Geilste überhaupt nur, weil jetzt hier eine Reaction von mir kommt oder so und ich irgendwie jemandem im Arsch kriechen muss. Das ist nicht so mein Ding. Ja, wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich das auch und sage nicht hier die ganze Zeit nur geil, geiler Beat, geiler Flow halt da. Ne. Fand ich jetzt ehrlich gesagt relativ standard. Alles klar. Ich werde mir noch ein paar andere Releases anschauen. Ich werde das jetzt erstmal hochladen und so. Mal gucken, wie das so ankommt und ob es überhaupt gesperrt wird. Vielleicht werdet ihr es ja auch niemals sehen. Bis dahin. Macht's gut. Hau da rein. Und, äh, ciao. Oh, sogar gestreckt auf über 10 Minuten. Was ein Gangster. Ich bin direkt richtiger YouTube. Tschüss. Geht hier eh nicht an mich. Kein Partner. Off youか. Ich bin direkt in der Keine entscheider. ja mit allem. An youngster in der Keine conditionale ist. Weil ich auch für schneideine gereinigung. Ich salgereуется das Tagシ Grande.